So, geht direkt weiter hier. Die nächste Folge von The Forest. Die liegen wieder Köpfe rum. Da ist schon wieder jemanden oder eine. Oh, die armen Vöglein hier. Dadurch muss ich mal wieder was anzünden. Was für sie? Ein Geschenk. So. Aber kommen die hier noch rüber? Ich weiß es nicht. Die können ja fast nur hier außen durchkommen. Die laufen da unten sogar lang. Na gut. Die kommen hier oben auch nicht rüber. Die kommen hier nicht. Kann man hier rüber springen? Ne. Ob die das können, weiß ich nicht. Hm. Wollen wir den Zaun noch ein bisschen weitermachen? Den mir immer gut nachschub. Aber wir müssen auch irgendwo raus, ne? Wenn ich hier alles zubauen würde, können wir hier noch irgendwo raus? Nein, komm ich nicht. Hier ist ja egal. Hier kommt keiner rein oder raus. Da, da weiß ich es nicht. Da kommt glaub ich auch keiner rein. Und hier... Hier ist unser Geheimgang. Da könnten wir reinspringen, aber wir kommen ja nicht raus. Jetzt sind sie auch schon da. Wir könnten höchstens da oben rauf, ne? Muss man darauf achten, wo die reinkommen und wo nicht. Könnt ihr hier rauf? Oder könnt ihr hier nicht rauf? Oder kommt ihr nur von da hin? Tja, das kann ich alles zumachen. Muss ich nur hier mal rauf, ne? Das klappt ja auch von hier, oder? Ja. Und so kann ich auch rein und raus. Aber die können halt tatsächlich wieder springen. Na super. Aber ich kann es nicht. Toll. Wieso habe ich denn den Zaun? Ich sterbe gleich. Was ist denn da fallen lassen? Eigentlich Alkohol, aber... Wohin weiß ich. Was ist denn da fallen lassen? Eigentlich Alkohol, aber... Wohin weiß ich. Ja. Ja, großartig. Ich will, dass sie da rüber springen können. Da kommt auch einer nach dem anderen. Ich muss hier noch ein bisschen Standfeuer oder irgendwas hier aufstellen. Ich würde irgendwelche Fallen oder so immer sehen. Das ist natürlich doof, dass die da rüberspringen. Das ist echt doof. Wie gesagt, ich kann hier zwar zumachen, aber naja. Wir wissen ja, wir haben ja auch so einen kleinen Weg, den müssen wir jetzt auch wohl öfters benutzen. Ja, wenn die hier rüberspringen, gut. Dann muss ich hier in der Nähe vielleicht noch ein paar Feuer hinpacken. Das machen wir dann auch noch, oder? Da denke ich mal. Wir haben ja im Moment Zeit. Die nächste Version dauert ja noch. Was ist denn da hier? Hier werden die von unten nicht kommen. So sollte das eigentlich sicher sein, wenn die nicht andauernd springen. Aber ich weiß nicht, ob die überall rein springen, das weiß ich nicht. Die ganzen Köpfe. Hier haben wir ja noch eine. Na, der kommt einfach so rein, ne? Tja. Das geht auch mal nicht. Ihr seid ungebetene Gäste. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube ja. Kommt von der nächste Lieferant. Der nächste Vogel, der da reingeflogen ist. Ja, da kann ich dann auch nichts für. Ja, das ist doch selten nämlich von den Vögeln. Ja, das ist doch selten nämlich von den Vögeln. Ein einziger Knochen brauchen wir im Moment noch. Schade. Was ist denn da drinnen? Wie das aussieht? Komisch. Was ist denn da drinnen? Wie das aussieht? Komisch. Was ist denn da drinnen? Ich habe es kaputt gemacht. Da ist doch alles abhängig hier, sagen wir mal. Wir sind auch von denen abhängig. Aber ihr wisst es schon. Oh, die kommt einfach durch. Ist die irgendwo eine Schwachstelle oder so? Ja! Ah. Ahahahaha! Ja! Ja, schlagt euch immer gegenseitig. Das brauchen wir eigentlich unseren Bohnenbasket. Mist. Irgendwo ist jemand reingelaufen. Ach ja, hier haben wir ja ein bisschen Licht. Da könnten wir auch nochmal einbauen, ne? Aber hier passt gar keiner dran. Oder so ein anderes Ding. Skullab. Brauchen wir auch wieder Sticks. Die Knochen liegen hier auch so blöd rum. Na vor allen Dingen, da hinten springen die... Ja, wenn die da so rüberspringen oder so durchgehen, muss ich da was vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob das dann wieder gut ist und reicht. Ach, Sticks brauchen wir noch. Wie ist denn, wie geht es? Wie ist das denn? Bist du jetzt? Bist du jetzt nicht sicherlich bist? Bist du schon mal raus? Sanfte doch nicht als Ja magst du dich. Bist du dich schillerst? Ja, ich kann ja mal so. Ich kann ja mal so machen. Nicht die Spawn, bitte. Okay, das hätten wir. So. Jetzt haben wir den Bohnenbasket. Pack mal welche rein da. Da kann man glaube ich 86 reintun oder so. Ja, bist du 86 noch in den Bohnenbasket. Ist ja schon wieder hier drin, ne? Das gibt es ja wohl nicht. Hier kommt irgendwie meistens von da vorne rein. So, weil da gerade einer gespawnt ist. Und mehr hier, wenn wir da hier rein tun, knochenloh. So. Die hüpfen da so komisch. Manchmal kommen sie rein, manchmal nicht. Ich weiß nicht. Da kommt sie einfach durch. Das ist doch kacke. Das finde ich ein bisschen doof. Dass sie einfach durchkommen. Das wird bestimmt beim nächsten Update vielleicht noch gefixt. Weil die Zäune sind ja neu. Wie viele wir hier einfach ins Feuer schmeißen, ne? Ja. Jo, da hinten. Ja gut, von da ist klar. Wenn es nur an der Stelle wäre. Wenn es nur an der Stelle wäre. Eine Zeit lang war hier mal nix los. Und jetzt ist ja alles voll. Hüpfen da einfach drüber. Ich hab schon so viele getötet, die wissen ja auch wo ich bin wahrscheinlich. Für unsere Zurechnungsfähigkeit wird es auch nicht gut sein. Ja. 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 Es lohnt sich aber der Bohnenbasket. Puh, dann brauche ich aber bald mal Abwechslung, dann gehen wir mal in der nächsten Folge mal zu anderen Orten hin, glaube ich. Ein paar Federn kriegen wir auch immer fleißig hier. Wie viele Knochen da sind drin? Ich kann doch die Schädel nicht auch sammeln, naja. Ja, ein bisschen doof, dass die hier durchkommen, aber dann müssen wir mal testen, ob man hier Feuer hinmacht, so ein bisschen, ob das besser ist. Gucken, wo die Geräusche, naja. So, nochmal was schlabbern hier. Ist jetzt endlich Ruhe im Karton hier? Da könnte ich immer noch schlafen, aber ich... Vielleicht sollte man sich das aufspannen, ne? Warum gehst du da immer rein, du blöden Vögel, ne? Die gehen da einfach... Die gehen immer zu den Leichen, ich weiß, aber... Wenn die doch im Feuer sind... Hier muss noch ein bisschen was gefixt werden. Jetzt machen die doch mal meine Sachen kaputt hier, oder was? Ich glaube, es hackt. Ah, super. Kein Schuss mehr. Wie soll ich die Dieren... Oh Gott. Wollen wir alles kaputt machen, oder was? Also nicht ganz dicht, oder was? Okay, hier kommt es auch im Feuer, Püppi. Ah, das ist irgendwie langsam zu viel. Ich brauche gleich ne Pause, du. Weil brechst hier alles ein, das ist auch nicht nütz. Das ist auch nicht alles übertrieben, oder so, hier. Okay, dampen mir etwas Coca, ist super. Knochen, Knochen, Knochen ohne Ende. Oh, alle rauf hier. Oh, jetzt habe ich lange noch keine Lust mehr. So, schade. Die Zäune sehen nett aus. Überbring leider nicht viel. Das ist ein bisschen doof. Aber Bonebasket, das lohnt sich auf jeden Fall. Puh. Jetzt haben wir noch was ab hier. Die Folge ging mal wieder ein bisschen länger. Äh. Lol. Ja, aber es war nicht gut, was ich gegessen habe gerade. Aber vergiftet nicht. Alle sind vergiftet. Das wusste ich nicht. So. Big Knochen noch. Da liegt noch eine rum. Da war es erstmal hoffentlich. Da werde ich gleich speichern. Und beim nächsten Mal ziehen wir mal wieder durchs Land von The Forest. Die Vögel sind echt dämlich. Ich weiß, wann viele Feiertage, liebe Entwickler, aber bald müsst ihr mal mit euren Update raushauen. Macht ihr ja auch demnächst. Wieder einiges zu fixen. So, alles klar. Alles eingesackt. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei The Forest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi. 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 Vielen Dank.